Hallo Lisa, was machst du denn heute Schönes? Ein Aue-Bild. Oh, ein Wismut-Aue-Bild. Oh, das ist ja klasse. Da gewinnt heute Aue, ne? Ja. Hallo Schlumpfi. Hallo. Meinst du auch, dass Aue heute gewinnt? Aber freilich. Ja, ja, ich will auch, dass Aue heute gewinnt. Ich auch, ich auch. Wer bist denn du? Ich bin Freddy Schmollmops. Das kleine, das kleine Erdmännchen aus dem Aue-Zoo. Ich bin abgerauen heute. Ich bin heute aus dem Zoo ausgerissen. Ich will nach Magdeburg. Wartest du auch auf den Käsewurm? Nun freilich warte ich auf den. Der wollte mir heute doch Ostergras mitbringen. Na, 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 na. Ja. Hallo Lisa. Hallo Kinder. Oh, du malst aber ein schönes Bild vom Wismut Aue. Oh, ich will heute nach Magdeburg fahren. Aber ich habe dem Aue schon versprochen, als Belohnung ihm Ostergras mitzubringen. Hier guck, das habe ich extra gepflanzt. Extra Ostergras habe ich aus meinem Kindergarten mitgebracht. Das hat meine Louise angesät. Stimmt's? Ja. Hast du angesät, ne? Ja. Ja. Dann muss ich jetzt wieder mal gießen. Dann muss man das gießen. So. Hallo Schlumpf, ich habe dir dein Ostergras mitgebracht. Hallo Käsewurm, freut mich. Können wir dann, können wir dann nach Magdeburg fahren, dass wir noch pünktlich zum Spiel oben sind? Ja, freilich. Hast du die Karten mitgebracht? Ja, die Karten habe ich in meiner Brusttasche versteckt. So. Ui, wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier, der kleine Hübsche, der hier? Freddy Schmollmops. Freddy Schmollmops? Oh, bist du wirklich Freddy Schmollmops? Ja. Ja, ich bin Freddy Schmollmops. Ich bin ein Erdhörnchen. Ich bin aus dem Aue Zoo ausgerissen, weil ich mit nach Magdeburg will, weil ich ja so ein großer Aue-Fan bin. Ach, na dann kommst du mit uns mit. Wir haben noch eine Freikarte für dich. Die habe ich heimlich im Internet ersteigert. Hahaha. So. Na gut. Tschüss, liebe Aue-Fans. Bis nachher. 20.30 Uhr im MDR. Sieg für Aue. 2 zu 1. Jawoll. 100 zu 3. 100 zu 3. Oh, das klappt bestimmt nicht 100 zu 3. Aber wenn das Aue-Bild fertig ist, zeigst du es mir, ne? Ja. Alles klar, Freunde. Tschüss, euer Käsewurm. Ich muss noch eine Karrenbär naschen, damit ich dann keinen Hunger habe im Bus. Tschüss. Dann nimmst du einfach eine Probexel und machst du Trinkenmilch und was schönes Essen. Mach ich. Tschüss. 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 Tschüss, moi Mops. Tschüss, Schlumpfi. Pfff. 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 Der schläft schon wieder. Na, der muss sich ausruhen, der ist ja der Fahrer. Bis dann. Bis dann, Freunde. So, ich muss jetzt los. Magdeburg wartet. Ich muss den Bus noch putzen und aufräumen und voll tanken. Damit er dann losfahren kann, der Schlumpfi. Tschüss. Tschüss, moi Mops. Wir treffen uns dann hier beim Schlumpf. Pfff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020